Guten Morgen an diesem Montag. Ich bin Profiler Susann und freue mich, dass du dabei bist. Hier ist deine Montagsmotivation Nummer 25. Die meisten Menschen wissen nicht zu schätzen, was sie haben. Das ist ziemlich trottelig. Und fast alle Menschen wissen nicht zu schätzen, worunter sie leiden. Das ist furchtbar hinderlich. Schmerz ist Schwäche, die die Seele verlässt. Natürlich ist es in der Komfortzone angenehmer. Doch wenn du zu lange darin bleibst, dann wird sie zu deiner Norm, deiner Normalität, deinem Standard. Und ja, das Wort sagt es schon, damit wird es zu deiner Stagnation, dem Vorhof des Todes. Komm da raus. Allein das Wort Komfortzone sagt es schon. Komfort, das ist die gefährliche Zone, weil es da bequem ist. Und mit dieser Bequemlichkeit steuerst du zuverlässig in den Niedergang. Nix da. Raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Okay, who roku. Bis zum nächsten Mal.